Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Zivilisation 5. Ich bin's, der Black, der Bühne ist mit am Stark, der deutsche Döllen und naja, natürlich auch Geo, gegen den ich jetzt gerade einen Krieg führen muss leider, weil er ja nicht auf mich hören wollte. Und naja, ich sag mal so, ich hab nen Plan. Mal schauen, ob er bereut, dass er mich konvertieren wollte. Mal schauen. Konntest wohl nicht die Finger von ihm lassen, oder was? Tja, ich kann grausam sein in meiner Rache. Ja, ja. Okay, na gut. So, machen wir mal weiter. Ich müde mich, um meinen grausamen Plan durchzuführen. Juhu. Wir können auf jeden Fall nen Ritter bauen, nen Triebock bauen wir, nen Musketier bauen wir auch. Quasi in der Reihenfolge sozusagen mal. Nächste Runde. Dann können wir uns hier oben, ich würde sagen, hier oben irgendwo mal versuchen anzusiedeln oder umzusiedeln und da oben von unten nach unten dann einmarschieren, sozusagen, nach Osgiliath. Könnte auch versuchen, hier zu landen, aber das wäre du vielleicht auch eher erst halb klamm und dann erstmal Riga auf meine Seite. Riga ist noch neutral. Hm. Wäre eigentlich ne Idee, eigentlich auch Riga zu holen, aber nee, jetzt nicht. So, Geld haben wir genug. Wir kriegen auch noch genug. Insofern wird das kein Problem sein. So, Stadtverteidigung 43. Wie sieht's denn bei deinen aus? 24, 21, 25. Ja, ist alles machbar. Der deutsche Dylan, äh, sieht mit deinem Kriegerlein hier unten. Ähm, vielleicht versucht er hier eine gemeinsame Grenze mit mir zu schaffen. Was mir aber eigentlich egal ist. Ich will keine gemeinsame Grenze mit ihm. Ähm, ich will nur, ähm, ja, wenn mir Waschikaki hier, äh, nicht dagegen gewürstelt, äh, hab ich kein Problem mit. So, Bratislava sucht in den Turm, äh, nicht mehr verbindet mit Küsil. Willst du mich verarschen? Ich hab die gerade erst geverbindet. Hm, Sauerei. Weißt du was? Äh, ich schenke euch noch mal was. Ihr seid wirklich gierig, wisst ihr das? Ne? Ihr seid wirklich gierig. Das kann ich jetzt nicht anders sagen. So was. So, warten auf Spieler. Äh, ich geh da noch mal hier rein und, äh, hier Geschenk machen. Äh, hier noch mal Geld. So. Schließen. Okay. Produktion wählen. Äh, du, äh, du hier. Ähm, machen wir erstmal hier eine Karavelle oder eine Galeasse, denke ich mal. Äh, mit hoher, äh, die, die Hoheit auf dem Meer an sich reißt. Die Galeasse hat nur halt das Problem. Ähm, könnte ein Problem werden. Ich glaub, die kann nämlich nicht über See segeln. Insofern, ne, lassen wir es dann lieber eine Karavelle. Produktion ändern. Karavelle. So, zurückenden. Äh, dann hier. Äh, noch ein Ritter in Theben wird gefordert. Dann bauen wir noch einen Ritter in Theben. Produktion wählen. Äh, hier ein Ritter in, äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht auch erstmal, ja komm, machen mal einen Ritter. Weil die sind halt relativ schnell. Das ist gar nicht so schlecht. Äh, Unternehmer tun. Große Händler werden 25% schneller verdient. Ihr haltet doppelt das Geld aus Handelsmissionen von großen Händlern. Ne. Ermöglicht den Kauf von Lanzknechten. Na, da können wir mal gucken, wie viel so ein, so ein Lanzknecht kostet und wie viel der mir überhaupt bringt. Lalalalalala Lanzknecht. Da ist er. 160. Wesentlich günstiger als der Pekingier. Kann günstiger ohne Fortbewegungskunde. Äh, äh, kann plündern ohne Fortbewegungskunde beim Angriffen einer Stadt Gold. Wird durch das Sozialpolitik durch, äh, kann, äh, mit Gold gekauft werden. Kann sich sofort nach dem Kauf bewegen. Oh, cool. Weißt du was? Dann machen wir mal eine und gucken mal, ob wir da hochkommen. Und zwar kaufen wir den hier oben in Dingens. Stopp. Okay. Da ist er, der Lanzknecht. Und der kann mal hier lang. Will halt wissen, wo es lang geht. Hier den befestigen wir. Äh, der Carlo kann ein nöch großes Werk erschaffen. Einheit befördern. Schock auf offenem Gelände. Was hast du hier drüben so schönes? Du hast viel offenes Gelände. Okay. Schock. Und Sichtweite wäre auch nicht schlecht. Ich nehme den mal als Speer. Genau. Und, äh, dann gehen wir hier hoch. Und dann gehst du auch gleich mit auf den Weg. Ich weiß nicht, ob er irgendwo hier Schiffe hat. Das soll der Lanzknecht für mich herausfinden. Wir werden sehen. So. Mhm, mhm, derzeit verbündete. Das ist gut. Schauen wir mal. Florenz ist recht klein, aber das macht ja nichts. Visier ist ein bisschen größer. Obwohl, na, sie sehen eigentlich beide gleich groß aus, aber sind halt anders ausgebaut. Ja. Jausa, jausa, juppiduppidausa. Na dann. Hast du schon Angst, Geo? Ich muss ja mal fragen. Ich kann richtig zum Tier werden. Der noch nicht. Ja, ein bisschen psychologische Kriegsführung ist das, ne? Ist klar. So. Äh, gucken wir mal. Da wird es Missionare zu mir rüberschicken. Mh, vielleicht nicht unbedingt Missionare. Mh, vielleicht deutsche Panzer. Ne, deutsche Panzer brauche ich nicht. Ich habe, wenn, dann baue ich ägyptische Pyramidenschiffe. So, hier. Also, kennst du hier Stargate? Hier, die, 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 ähm, die... Uaul-Tatak, die baue ich. Genau. Ja, genau. So, okay. Weiter geht's. Ähm, ja, wie geht's denn weiter? Achso, äh, hier. Und zwar mit einem Akkabedukt oder Markt. Markt wäre nicht schlecht, wie gesagt. Ich brauche jetzt ein bisschen, ähm, Geld und Gold und so weiter und so fort. Obwohl Stadtmauern endlich auch mal hier, äh, durchaus sinnvoll wären. Deshalb das. Produktion wählen hier unten. Und da schlägt er mir einen Markt vor. Ich mach mal einen Markt, äh, Einheiten. Mh, blopp. Und dann gehen wir mal langsam in Richtung, äh, ja, es feindes. Oh, was ist denn hier unten? Ah, ich seh schon. Äh, war vielleicht nicht die schlauste Idee von dem, äh, Späher hier. Äh, so. So, machen wir es mal so hier. Einheitsbefüderung ist toll. Äh, brauche ich jetzt aber nicht. Wir gehen mal hier da. Und dann hätten wir hier, äh, nochmal Schock. Und, äh, am besten noch ein zweites Mal Schock. Dann hätten wir da auch schon ein paar. Der kann auch direkt hier hoch. Produktion wählen. So, touch mal Hall, sagt er mal hier, ähm, Reich läutet ein goldenes Zeitalter ein. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Bin zwar nicht so weit entfernt von dem goldenen Zeitalter, aber... Ach, komm. Was soll's denn? Die sieben Runden könnte ich auch mal aussetzen mit der Einheitenproduktion. Dann sehen wir mal. Ich will den, äh, den Ding uns ja jetzt nicht unbedingt, äh, schon erobern, sondern eigentlich nur ein bisschen ärgern. Äh, und, ähm, ja, wie gesagt, im Notfall reicht das. Oh, was haben wir denn da unten? Baradour? Oh, 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 oh. Da muss doch mal was geschehen. Das, äh, können wir, ja, warte mal, nächste Runde. Das geht so natürlich nicht, ähm, dass da unten, äh, schon eine Stadt gegründet wird. Aber nicht mit mir. Aber absolut nicht mit mir. So, hier lang. Ähm, Trieböcke brauche ich dann da wahrscheinlich dafür mal hier unten. Äh, komme ich hier irgendwo vorbei? Okay, ich denke schon. 18 Verteidigung, das ist auch noch relativ schnell machbar. Ähm, ich denke mal, das kriegen wir hin. Aber erst in der nächsten Runde. So. Mal gucken, wie schnell er da unten aufrüsten kann. In dem Fall hätte ich mit Baradour schon die erste Stadt, die wir uns einholen. Aber die Einheiten, die zwei hier oben, kann ich trotzdem verschicken. Hier unten, da muss ich dann halt hier 10. Kann ich mal... Ne, ich hab zu wenig Geld, um irgendwas zu kaufen. Hab viel Geld ausgegeben, um Küsil in den Krieg zu zwingen. Die könnten hier in Baradour ruhig mal ein bisschen anfangen. Da hat er kleinen Brückenkopf geschlagen. Nehmen wir an, dass er da auch Einheiten hinschaffen will. Äh, da sollte ich hier bei Ascheton dann ein bisschen aufpassen. Aber die Verteidigung ist bei 28. Naja, gut, äh, nicht so schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Müssen wir dann wirklich mal gucken, dass wir da unten auch Stadtmauern bauen. Ähm, meine Fregatte hier unten wird dann, äh, quasi... Hier unten den Seeweg abschneiden, wenn der da Einheiten schaffen will, beziehungsweise die Karavelle. Das sollte dann hinhauen. Ich hoffe mal, dass die eine Karavelle ausreicht, um da ein bisschen Remi-Demi zu machen. Die ist ja dann in der nächsten Runde fertig. Schauen wir mal, oh, ich muss... Ich bin der Einzige, der da noch klicken muss. Ha ha, ha ha, ha ha. Dann machen wir das direkt. Äh, äh. Will sich hier in den kleinen Brückenkopf setzen. Vor meinen Füßen. Er hat natürlich den Nachteil, er muss bis hier runter. Weil hier unten, ich glaube nicht, dass er hier durch Singapur durch kann, oder beziehungsweise hinter Singapur sich groß ausgebreitet hat. Das sehe ich ja nicht. Wir werden sehen. Wir werden es wirklich sehen müssen. Florentz und, ähm, haben Kühlsiegelschein auch reagiert zu haben. Die Stadt Edidos ist gewachsen. Das ist toll. Äh, äh. Äh, ich gehe mal hier mit dem hier drauf. Oder dann eben dann da drauf. Ist auch egal. Für die Karavelle geht erstmal, äh, hier und lang. So. Dieser Ritter hier oben, muss wohl oder übel, erstmal hier runter. Äh, der Ritter kann weitermachen. Der auch. Wie gesagt, der wird oben mein Spitzel werden. Einfach nur zum Gucken, was da oben so los ist. Einen Zoo soll ich hier bauen. Mh, Zoo gefällt mir jetzt nicht so. Eine Galeasse wäre auch nicht so schlimm, böse. Ich würde mal eher sagen, eigentlich ein Triebock wäre nicht schlecht. Glacier, äh, Rotes vor. Wirksamkeit aller Verteidigungsbeute steigt um 25%. In allen Städten. Das Rote vor will ich unbedingt haben. Sollte klar sein. So, dann eine Burg. Mh, in Elphantin. Legt er mir vor. Ich baue da auch einen Triebock. Produktion wählen. Hier oben in Gizeh. Äh. Was sagt er mir da? Einen Markt. Kommt, dann bauen wir da auch den Markt. Nächste Runde. So, ich glaube, Baratour wird, wie gesagt, äh, sein Brückenkopf sein wollen. Er will hier unten angreifen. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Er muss da unten Einheiten runter. Muss, äh, aufpassen, dass ich da selber auch nicht angegriffen werde. Unnötig. Deshalb erstmal die, den, den Jäger als Spieler runter. Und eventuell hier oben, über diesen Brückenkopf, äh, sagen, ja, okay, da ist nichts. Äh, was ist er eigentlich hier? Ähm. Äh, Guiomongo. Ich weiß gar nicht, was da von, äh, Dingens ist. Wollte ich mal beim Berater gucken. Äh, ähm, äh, Militärübersicht. Ratschläge hier. Militärberater. Shanghai. Shanghai war er nicht, oder? Doch, Songhai. Genau. Mit unserer Streit. Sollten wir das, äh, Songhai-Reich dem Erdbogen gleich machen können. Das ist sehr gut. Kriege 3 sollten wir nicht für scherzen. Militär stärker als unseres. Ich weiß gar nicht, ob die Division Deutschreich überhaupt eine Armee hat. Sämtliche Feindseitigkeiten werden auf jeden Fall sehr einseitig. Nun gut. Wir werden es sehen. Hier oben wird mir ein Ritter vorgeschlagen. Ja. Ich denke mal, dem steht nichts im Wege. Absolut nichts. Vielleicht ein Tribok. Ich mache erstmal ein Tribok. Gucken wir mal, ob, äh, den Ritter können wir dann hinterher noch hinterher ziehen. Äh, Bugenschütze oder Armbrustschütze wäre auch nicht schlecht. Nicht von schlechten Eltern, denn, ähm, ja, wie gesagt, das sind ja Fernkampfeinheiten. Äh, eine Bibliothek hier in Bamababam. Äh, sonst noch irgendwas. Eine Werkstatt. Ich mache mal die Bibliothek. Bibliolulothek. So. Einheit benötigt Befehle. Wir machen erstmal den hier wieder. Wir gucken, wo ich hier lande. Und die Karavelle zieht hier entlang. Der Ritter, äh, reitet. Reiter, Ritter, reite. Und kommt schon ganz schön weit. So. Nächste Runde. Nun denn, dann schauen wir mal. Äh, so, okay. Ich habe hier unten alles abgezogen. Erst einmal. Ich will eigentlich nur hier drüben, äh, Feierabend haben. Es ist vielleicht unklug, hier alles abzuziehen. Ähm, aber, ähm, ja, wie gesagt, im Notfall, wenn dann erwischt, höchstens Alexandria. Und wir wissen ja, dass du eigentlich relativ doof ist. In Sachen Kriegsführung. Oh, Konfuziasismus. Versuchte hier unten irgendjemand einzuführen. Ähm, naja. Wenn, wenn, ähm, Duistophismus nicht unbedingt hier, äh, die beste Religion ist, kann ich jetzt auch nicht... Ne, du ist lahm. Duistophismus ist ja nicht mehr. War ja letzte Runde. So, das hier so. Produktion wählen. Sirakopolis, äh, sucht eine Münchenanstalt für jedes Silbervorkommen und so weiter und so fort. Das wäre vielleicht eine optionale Option. Ah, komm, warum nicht? Forschung können wir auch wählen. Wirtschaftswesen oder Chemie? Chemie klingt sehr gut. Ähm, genug Erfahrungen, die Einheit zu befördern, Genauigkeit, äh, und, ähm, gegen offene Gelände. Nein, ne, wo ist denn hier? Deckung, Salve, verschanzte Einheiten und Städte. Na, das klingt doch schön. Äh, auch du kommst hier runter. Und du erst. Und die Karavelle, die bewegt dich mal so. Sie sieht schön viel. Das Arbeitsboot, das geht mal hierher. Genau. Da, wo es ihm gehört. Das mache ich jetzt auch gerne mal manuell, ohne das Auto automatisch zu stellen. Weil, wie gesagt, je mehr Zeit ich brauche, äh, desto mehr, ähm, ja, Mist, hier oben ist noch eine Stadt. Das ist nicht so schön. Vielleicht gehe ich mit dem hier erstmal nochmal zurück. Und guck mal, dass ich doch hier anlande, bei Helmsklamm. Ich dachte, hier oben wäre nichts mehr. Hab ich gehört? Das kann passieren. Das rote Fuhr auf jeden Fall. Verteidigung ist immer gut. So, Produktion wählen. Ähm, hier wird mal ein Markt vorgeschlagen. Ein Schreien, eine Kaserne. Ich werde hier mal die Burg bauen. Äh, einfach nur, weil es im Mut, wenn ich sein könnte. So, Stallungen. Akfeddukt in Piramses. Ja, das können wir bauen. Ich denke nicht, dass hier rüber ein Angriff kommen wird. Wenn, dann würde er versuchen, hier über Baradur. Ähm, und das werden wir sehen. Nächste Runde. Okay. Beziehungsweise nicht nächste Runde. Ich würde mal sagen, wir beenden hier direkt die Folge und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und, äh, ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.